Musik 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 Für alle, die Zeichen Skorpion geboren sind, ist im vergangenen 2014 in vieler Hinsicht ein strenges Jahr gewesen. Mange kam an seine Grenzen, vor allem auch körperlich, und musste immer wieder seine Kräfte einteilen. Im 2015 wird das wieder einfacher, es geht wieder runder und es wird wieder fliessender. All das, was man im 2014 gelernt hat, dass man manchmal gewisse Sachen planen und strukturieren muss, ist etwas, was man im 2015 in Menge Arbeit oder in Menge Projekte positiv investieren kann. Es geht auch darum, dass im 2015 noch alle Altlasten verarbeitet werden, dass man frei wird, dass man wieder offen wird für neue Ideen, dass man auch Zusammenarbeit mit anderen fördert und dass man sich nicht querstellt dort, wo es nicht gerade so läuft, wie man gerne hat. Der Jahresteip für alle, die im Zeichen Skorpion geboren sind, ist Regeneration von dem 2014 wieder für Körper, Geist und Seele. In diesem Sinne ein erholsames 2015. Das HW Babycenter Bad Ragaz. Auf Sie warten über 70'000 Artikel auf 2500 Quadratmeter rund ums Baby und werden die Mammis. Über 300 Kinderwagen, komplette Kinderzimmer, Mode fürs Mami und das Kind, Spielsachen, Autositz und, und, und. Einfaches Paradies für Ihres Familienglück. HW Babycenter. Autobahnausfahrt Bad Ragaz Nord.